Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Ruz. Willkommen hier zu Ruz World. Hier kommen 10 Gründe oder Fakten, woran du merkst, dass du es mit deinem Iraner zu tun hast. Was bin ich eigentlich? Iraner oder Perser? Let's go, Baba. Nummer 1. Du hast auf jeden Fall Verwandte in Amerika. Lass mich raten, L.A. Auf jeden Fall L.A. Baba, Terangeles, Janine, hast du dich? Ui, Bijou, Bijou. Aber Bijane, Bijane, mich nassi in Bijane, Baba. Nummer 2. Du bist auf jeden Fall Iraner, wenn einer deiner Onkels Medizin studiert und mittlerweile Taxi fährt. Nummer 3. Typisch für Iraner ist, wenn Mehmoni ist, Janine, wenn Mehmoni, wenn Besuch kommt und wenn der Besuch sich verabschiedet, dass man sich ungefähr auf dem Weg im Flur bis zur Haustür nochmal 3, 4, 5, 100 Mal verabschiedet, das Gespräch weiterführt, an der Tür sogar noch weitere 2 Stunden Quatsch, so lange, bis alle Nachbarn wissen, wir hatten Besuch. So, dann Aber haut endlich ab! Nummer 4. Es gibt ein Wort, das ist auch sehr typisch persisch, damit kannst du überdimensional alles erklären, alles, was man im Universum nicht versteht, alles, was man versteht, nicht versteht, erklärbar, nicht erklärbar, kannst du mit einem Wort, du kommst mit einem Wort weiter. Siasad. Für meine deutsche Freunde, das heißt nichts anderes als Politik. Die verkaufen mir das Auto toll. Ramasi Asad. In amerikanischen Julika. Ramasi Asad. Ramasi Asad. Ramasi Asad. In Scheruformen. Ramasi Asad. Ramasi Asad. Die machen diese Politik mit mir. Ramasi Asad. Ramasi Asad. Egal, zu spät kommen, das ist so, das ist, das ist der Iraner, weißt du. Der muss so flexen, der muss zu spät kommen, cool. Der wird auch zu einer Beerdigung zu spät kommen. Ist hier jemand gestorben? Maggie Kissy Mordi. Nummer 6. Ganz typisch für Iraner ist, dass die nicht sagen, ich bin Iraner, sondern sie sagen, ich bin Perser. Ich bin Perser. Der Unterschied ist, Iran, pass auf, Sanktionen, USA, Krieg, Atombombe. Persien, bist du Persien? Baba, mal Persien nehmen, Digga, ja nehmen, Persien hat fliegende Teppiche, wir haben Perserkatzen, wir sind süß, und Baba, wir hatten ein Imperium, ist auch was? Wir hatten ein Imperium, Imperium. Tschüss. Nummer 7. Typisch Perser, typisch Iranisch, ist total, die totale Obsession, wirklich verrückt sein, nach Stars, die paar Prozent Iranisch sind. Das heißt, wenn rauskommt, dass ein Star in der dritten Generation, in der vierten, in der fünften Generation, irgendeine Ur-Oma, paar Prozent Iranisch war, dann ist alles vorbei, dann ist das der beste Sänger der Welt. Guck ihn, die anderen Böden, die Gäste, das ist der beste Schauspieler der Welt, André Agassi, Baba, auch was hier, André Agassi, der ist Iraner, Baba. Guck, siehst du nicht, wie der schlägt? Der kann nur ein Iraner. Auch von anderen ausländischen Freunden, hier in Deutschland, kenne ich das, dass sie so abdrehen, aber Iraner sind crazy. Bei Two and a Half Men. Da ist doch Charlie Sheen. Warum ist das Iraner? Ich bin nicht mehr von Charlie Sheen. Aber wie ist das Iraner? Aber wie ist das Iraner? Aber wie ist das Iraner? Das ist das Iraner. Aber wie ist das Iraner? Aber wie ist das Iraner? Das ist das Iraner. Oder wenn die sich immer noch streiten, ob Freddie Mercury Iraner ist, ob die sich immer noch streiten, ob Sacha Baron Cohen Iraner ist, ey, da wird sich im Internet geprügelt. Baba, lass den doch sein, was der will. So Kim Kardashian mäßig. Die ist Iranerin. Die sieht aus wie eine Iranerin. Die ist Iranerin. Ne, die ist Armenierin. Die kommt aus Armenien, so ein paar Prozent. Und dann die ganz schlauen Iraner. Ja, aber das ist auch, früher war das auch Persien. Ja, Baba, früher war alles Persien. Nummer 8. Ganz typisch für Iraner. Überdimensional typisches Wort für Iraner. Taurow. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Taurow, für meine deutschen Freunde, ist das Schlimmste, was es gibt. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Das ist so ungefähr, ich kann es ja eh nicht erklären. Vielleicht könnt ihr iranische Freunde das mal in den Kommentaren den deutschen Freunden erklären, weil überzogene Höflichkeit könnte man sagen. Ja, ich bezahle. Nein, ich zahle. Nein, ich zahle. Ja, dann zahle, du. Bitte, Hohensohn. Einmal habe ich eine halbe Stunde im Aufzug gechillt, weil zwei Iraner vor mir standen und die sich gegenseitig angeboten haben, dass der andere doch zuerst aussteigen kann. Und das ging dann die ganze Zeit. Du, du kannst raus. Na, Baba, Gehen Sie doch bitte vor. Na, Sie gehen vor. Aber verpisst euch hier da durch. Iraner sind verrückt. Die sind verrückt. Die sind auch direkt bleidigt, wenn du was nicht annimmst. Aber wenn du es annimmst, dann sind sie auch beleidigt. Na, nimm nur noch einen Zehner von mir, weil, nee, nee, guck mal, ich muss das zahlen, einen Zehner von mir. Nimm nur, nimm mir, sonst bin ich beleidigt. Nimmst du mich beleidigt. Du musst das nehmen. Dann, du nimmst das. Voll der Hohensohn. Letztens habe ich dem Zehner gegeben, der hat direkt genommen, der Hund. Der hat direkt Geld genommen. Nimmt der mein Geld? Das ist auch so ein Hund. Käse, nimmt der mein Geld, Kuni? Nächstes Mal mache ich auf jeden Fall ein Video, wo ich ganz viele Schimpfwörter an einer Reihe, weil ich meine, Farsi ist leider nicht mehr so gut. Nummer 9. Typisch iranisch ist der Nosejob. Kennt ihr Nosejob? Wenn Frauen einen Nosejob haben, so, deine Nase ist so. Na, ma, amal, na, karim. Also, das ist komisch. Das ist schwierig. In Deutschland die Iraner, die machen auf, na, Mann, Damoram, ich hatte nicht so gut geatmet, dann habe ich eine Operation gemacht. Na, Strasse erspielen. Im Iran, die Mädels, die Nasen-OP machen, die sind ganz anders. Die tragen das ganz stolz mit sich rum, haben hier so ein Sticker auf der Nase, auch noch drei Wochen, nachdem der Arzt schon gesagt hat, Baba, schaust du mich die Wase? Ja. Baba, ich schaust du mich die Wase? Ist egal, wenn der Arzt sagt, nimm ab, lass mal noch ein paar Wochen dran. Sollen schön alle sehen. Ich hab Cash, ich hab das Geld, ich hab ein Nasen-OP. Verstehst du? Und dann hier so geschminkt sind und dann so furzt bei Facebook so. Das sieht nicht gut aus. Nummer 10. Wenn eure Eltern am Telefon immer noch so tun, als ob die Leitung von vor Zweiten Weltkrieg wäre. Hallo! Hallo! Salam aleyk! Maike khuasi! Nehokon! Ahim! Baale! Tschakkerim! Baale! Baale! Oh! Kannst du doch ganz normal reden. Hallo! Na! Baale! 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 Auch jetzt moderne Zeit, wenn ihr Eltern habt, die Skype haben, ganz schlimm, wenn deine Mutter bei Skype so nah herangeht, dass du das Gefühl hast, die will in den Computer reintauchen, weil sie denkt, die Entfernung ist zu weit, weil Iran ist ja auch so weit weg. Hallo! Hallo! Freunde! Schreibt mir in die Kommentare, vielleicht kann ich noch ein Video machen, mit Hilfe eurer Tipps. Vergiss nicht, abonniert meinen Kanal Ru's World. Na, kun! Ba, ba! Na, kun! Zahrauf nadadeem! In safara abonieren! Bokon abo!